Musik Der Firmenhof der MJ Transport GmbH in Lünen am Rande des Ruhrgebietes. Das familiengeführte Transportunternehmen mit dem Schwerpunkt Lebensmittel- und Pflanzenlogistik arbeitet europaweit, aber auch im regionalen Verteilerverkehr. Lkw-Fahrer Frank Basista ist heute auf Auslieferungstour und mit seinem neuen Ford F-Max unterwegs. Frank sitzt seit mehr als drei Jahrzehnten hinter dem Lenkrad eines Lkw. Aus echter Überzeugung, wie er sagt. Aber als der Chef vor rund einem Jahr mit der Ankündigung kam, dass die gesamte Flotte, die aus 15 Zugmaschinen besteht, komplett gegen Ford F-Max ausgetauscht werden soll, verstand er die Welt nicht mehr. Als Chef mir gesagt hat, dass wir jetzt Ford-Lkws bekommen, habe ich ihm gesagt, ist in Ordnung, leg Papiere mit auf dem Fahrersitz, unterschreibe ich ihn dann feiner Hause. Wollt ihr nicht haben. Warum nicht? Ich sage mal, Ford war unbekannt im Lkw-Bereich. Man wusste zwar, dass die Lkws bauen, allerdings nicht für den europäischen Markt. Doch dann kam alles ganz anders. Der neue Ford F-Max mit 500 PS und 12,7 Metern Hubraum überzeugte Frank im Alltag auf Anhieb, vor allem durch sein Handling. Und heute, so der 57-jährige Fahrer, kann er sich nichts anderes mehr vorstellen. Doch was sind die Vorteile? Die Vorteile sind ganz einfach der Motor. Der hat, ich sage jetzt mal, nur 500 PS. Er hat auch das gleiche Drehmoment wie die anderen. Aber der zieht. Der zieht. Ich tritt aufs Gas und das ist dem egal, ob hinten zwei Tonnen drin sind oder ob da 24 Tonnen drin sind. Der weiß nur eins, ich muss nach vorne. Und das ist bei dem Auto einfach genial. Und Spritverbrauch. Ich fahre den, je nachdem, also auf Strecke gesehen, fahre ich den zwischen 20 und 22 Litern. Vom Motor her grundsätzlich ist er leise. Man hört nur ein leichtes Schnurren, aber das war es auch. Der Vorteil, der bei dem ist, wenn die Türen zu sind und Fenster sind zu, höre ich fast nichts mehr von der Außenwelt. Das heißt, mit dem Auto übernachten irgendwo ist ein Träumchen. Man geht ins Bett und schläft. Und Frank ist nicht der einzige Fahrer in der Firma, der sehr zufrieden ist. Zufrieden ist vor allem auch Geschäftsführer Thomas Sadowski. Die Entscheidung für die neuen Lkw von Ford war für ihn ein Rechenexempel und wurde natürlich auch von der schnellen Verfügbarkeit der Fahrzeuge beeinflusst. Doch der Reihe nach. Denn hier in der Firma weiß man genau, welche Bedeutung die Zufriedenheit der Lkw-Fahrer bei der Fahrzeugbeschaffung hat. Also Fakt war, dass unsere Fahrzeuge eine Altersklasse erreicht hatten, dass wir tauschen mussten, dass wir uns auf dem Markt umgeschaut haben. Andere nicht liefern konnten. Und die Firma Ford uns zugesichert hat, die ersten elf Zugmaschinen innerhalb von sechs Monaten zu liefern. Die Nachbestellung ein oder zwei Monate später. Das war für uns kein Thema. Damit konnten wir arbeiten. Und die Firma Ford hat ihre Zuverlässigkeit über ihren Vertragspartner ganz klar bewiesen. Sie haben es sogar geschafft, die Fahrzeuge dementsprechend umzubauen, wie wir sie haben wollten. Also am Anfang war es halt einfach so, die Fahrer hatten keine Berührungspunkte mit dem Fahrzeug. Es gab keine Erfahrungswerte. Von daher mussten die sich auch erstmal rantasten. Wir haben aber mit größerem Gegendruck oder Gegenwind gerechnet, der gar nicht kam, weil die Fahrer einfach das Fahrzeug irgendwann völlig angenommen haben. Die Mikrowelle hat überzeugt, die Standklima funktioniert einwandfrei, die Standheizung hat im Winter gut gehalten. Das waren viele Faktoren, die jetzt erstmal für das Fahrzeug gesprochen haben. Die Fahrer sagen, dass sie sehr bequem schlafen. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, weil wenn der Mitarbeiter ausgeruht am nächsten Tag ist, ist er auch angenehmer in der Umgangsweise. Wenn man jemanden Unausgeschlafenen oder Hungrigen am Telefon hat, ist das immer ganz schwierig. Gekauft hat die MJ Transport GmbH die Fahrzeuge bei der Truck & Trailer GmbH. Das Unternehmen ist einer von bislang mehr als 60 Servicepartnern für Ford Trucks in Deutschland. Hier wird an einem FMAX gerade der Fehlerspeicher ausgelesen. Und wie es der Zufall so wollte. Beide Firmen kannten sich bereits, weil beide ja nun mal mit dem LKW ihr Geld verdienen und wissen, wie wichtig Zuverlässigkeit ist. Wir sind uns immer auf Augenhöhe begegnet. Er weiß von dem Service, den wir ihm vorher schon an seinen Aufliegern geboten haben, unsere große Zuverlässigkeit zu schätzen. Wir sind immer für ihn da, auch im 24-7-Service. Wir reparieren und warten seine Fahrzeuge dann, wenn er die stehen hat. Er muss sich nicht nach uns richten, sondern wir richten uns nach ihm. Und das hat im Endeffekt auch überzeugt. Alle Ford FMAX der MJ Transport GmbH sind mit Standklimaanlage, Mikrowelle, Fernseher und Kühlschrank ausgerüstet. Das sorgt unterwegs tatsächlich für ein besonderes Wohlfühlgefühl. Doch fragen wir LKW-Fahrer Frank Basista, der an manchen Tagen rund 20 Blumen- und Baumärkte ansteuert oder aber sogar europaweit im Einsatz ist. Wie lebt es sich eigentlich in der Kabine des neuen LKW, die ja unterwegs sein zweites Zuhause ist? Ja, hier oben haben wir drei Staufächer aus dem Flugzeugbereich, denke ich mal. Und da passt einiges rein. Hier ist ja wie gesagt normalerweise auch ein Staufach, ist aber jetzt totgelegt für die Mikrowelle. Ja, und von der Höhe her gesehen, gut, ich bin 1,70m, reicht völlig aus. Er hat einen niedrigen Motortunnel, was natürlich da wiederum zum Vorteil kommt. Ich denke mal auch bis 1,80m, 1,85m dürfte es kein Problem sein. Vielleicht auch 1,90m. Frank ist richtig happy. Hat alles, was ein LKW-Fahrer braucht. Frank ist vom Typ her ein herzlicher und aufgeschlossener Mensch, der seinen Beruf und seinen LKW liebt. Und kaum zu glauben, unterwegs mit dem FMAX geht jetzt manches sogar noch leichter. Vor allem, wo er sich ständig durch enge Gewerbegebiete quälen muss. Klar erleichtert er mir den Alltag. Ich habe einen kleineren Wendekreis als mit herkömmlichen durch den kurzen Radstand. Ich kann also bedeutend besser und angenehmer mit ihm rangieren. Und ja, eben durch, weil er so leise ist, klar hebt sich da ein bisschen auch die Laune. Das ist doch, obwohl ich von Natur aus auch eigentlich eine frohe Natur bin. Aber er hilft mir trotzdem mit. Ein schönes Kompliment, das Frank Basista seinem Ford FMAX da gemacht hat. So schön, dass er ihn gegen keinen anderen LKW mehr tauschen möchte. Wer noch mehr? Untertitelung des ZDF, 2020